Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Wir haben heute ein fantastisches Video und ihr seht schon, wir sind gerade, ja, wieder mal live auf Twitch. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, Leute, ihr seht, der Chat ist am Partymachen, am Randalieren. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann seid heute um 13 Uhr dabei, denn wir werden die ganze Stadt kidnappen. Das wird ein sehr, sehr, sehr wilder Stream. Es wird der Party-Stream am Sonntag, also kommt gerne vorbei. Heute um 13 Uhr, das wird sehr, 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 sehr sick. Und heute haben wir ein fantastisches Video. Freunde, das Video wird sehr, 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 sehr wild, denn ich lasse wieder Sims über Nacht alleine und diesmal ohne Mods. Diesmal ohne Mods. Das wird sehr, sehr, sehr wild. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt rein und wir machen hier jetzt noch ein bisschen Party auf Twitch. Und auch heute machen wir wieder Party. Und wir gehen jetzt rein und ich zeige euch mal alle Sims, die am Start sind. Und dann bin ich gespannt, was die Sims machen, wenn ich nicht dabei bin. Vor allem ohne Mods. Da bin ich sehr gespannt. Ich kann sie ja diesmal nicht umbringen. Das wird sehr spannend. Okay, Leute. Let's go! So, Freunde. Da sind wir auch schon im Game auf unserem neuen Schlachtfeld. Und es sind schon wieder Dinge passiert. Ich bin gerade erst reingegangen und auf einmal, ich weiß gar nicht, wer war es denn nochmal, Ariana Grande und Gnur sind direkt ins Bett miteinander gesprungen und ich habe keine Mods drin. Also, also außer natürlich MC Command, ne, den brauche ich natürlich, damit wir 16 Sims hier drin haben. Aber die sind einfach direkt hier in die VIP-Bude, sind sie direkt reingegangen. Und ich zeige euch mal ganz kurz hier unser neues Schlachtfeld, was ich für heute ausgewählt habe. Also, hier vorne ist ein riesen Basketballplatz. Da ist schon Shirin, David und Dom. Ich zeige euch auch gleich alle Sims noch. Ja, dann haben wir hier was perfekt für mutige Sims, die da reinspringen wollen. Ich bin sehr gespannt. Hier bilden sich echt ein paar Grüppchen, ne? Mal hier eine Vierergruppe, da eine Vierergruppe und ist hier sonst noch irgendwo, wo, wo, da sind zwei im Bett. Wer macht da alleine Sport? Maxify, aha, 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 aha. Auf jeden Fall sehr wild. Hier in der Mitte, Kampfarena, wird wahrscheinlich nicht genutzt, da ja nicht so krasse Mods drin sind. Hier hinten, Schlafarena, aber Freunde, hier sind nur zwei richtige Betten. Hier sind zwei Bänke, das ist jetzt nicht viel. Da müssen sie sich gut drum prügeln. Oder auch hier vorne in der VIP-Bude, da gibt es natürlich ein schönes Klo und auch einen Thron und auch ein schönes Bett. Wer da schläft, da müssen sie sich auch drum prügeln, das ist sehr, sehr, sehr nice. Sport können sie viel machen. Hier können sie an den Automaten ruckeln, wenn sie wollen. Hier sind zwei Klos und eine Dusche. Eigentlich war hier alles voll mit Duschen und Klos, aber ich dachte, so viel Luxus will ich unseren Sims dann doch nicht gönnen. Und hier sind immer mal so Pools, die so einfeldbreit sind. Also, wunderschön. Heidi Klum gibt schon ihr Bestes da drin. Ich weiß gar nicht, was das hier alles wird. Aber was ich auf jeden Fall mal sagen könnte, ist, dass die Marianne mal hier fast wenigstens anstechen soll. Also, ich will zwar nichts, ich will nicht viel einwirken auf das Spiel, aber, äh, ja, ein bisschen Saft anstechen, das wäre doch schön. Und hier hinten ist übrigens noch unsere Küche. Die habe ich auch offen gemacht, damit, falls es regnet, die Geräte natürlich direkt kaputt gehen und alle verhungern am Ende. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, ich lasse die Sims gleich alleine. Vorher zeige ich euch noch alle Sims, die wir hier haben. Also, wir haben Heidi Klum mit dabei, die gerade schwimmt und ein bisschen sich denkt, oh nee, ich komme hier nicht mehr raus. Aber Heidi, doch, du schaffst es, ich bin mir da sehr, sehr, sehr sicher. Dann haben wir hier Montana Black, der gerade mit Ariana Grande am Flirten ist. Hier haben wir Marianne, Tante Marianne ist am Start. Was macht sie gerade? Tom Holland boxt schon wieder den Automaten, bin gespannt, er ist nämlich auch wütend. Tom Holland, alles gut, er geht direkt zum nächsten Automaten, er gibt alles aus, was er hat. Zendaya ist am Start. Dann haben wir hier Shirin David, die mit Marianne plaudern möchte. Okay, macht das, macht das sehr gerne. Angela Merkel ist auch wieder mit am Start. Ariana Grande haben wir ja schon gesehen. Natürlich geht sie aufs VIP-Klo. Dome, natürlich, Leute, Dome ist in jedem Projekt dabei, wichtig und richtig. Dann haben wir hier noch Rezo. Rezo haben wir hier noch am Start. Dann haben wir Gnu, die schwimmt auch gerade in dem einen Block drin. Machst du super, Gnu. Geht's dir gut? Geht's dir gut, Leute? Ich glaube, ihr geht's gar nicht gut. Dann haben wir hier noch Taddle. Wir haben Maxify. Und wir haben Katja Krasavice. Und noch den Unge. Und zu guter Letzt natürlich, wer darf auch nie fehlen, Billy Island. So, Freunde. Das sind unsere 16 Sims, die jetzt gleich alleine werden. Also, die lasse ich jetzt gleich alleine. Und ich habe Angst, was die Sims tun. Guck mal, wer gibt denn hier schon wieder so viel Geld aus? Maxify. Ja, Maxi. Gibt wohl nix an dem Kackautomaten. Musste wohl mal. Wer duscht denn da schon? Also, hier, die Sims machen auf jeden Fall viel Action. Und ich bin gespannt, wer schwanger wird, wer nicht schwanger wird. Wie es alles enden wird. Ob hier alles explodiert, ob hier alles brennt, ob die verhungern werden. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen früh tatsächlich wieder. Mal schauen, was über die Nacht passiert. Ich hoffe nicht, dass zu viele Babys kommen. Denn dann bleibt ja immer leider das Spiel stehen. Und das ist jetzt nicht so nice, wenn es so nachts um drei passiert. Aber, ähm, ja, mal schauen, Freunde. Ich werde jetzt auf jeden Fall gemeinsam mit euch hier, ne, ihr seht es hier, das ist passiert. Aber das ist jetzt nicht mehr passiert. Ich habe alles gelöscht. Jetzt können 200 neue Benachrichtigungen kommen. Ich bin sehr gespannt. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Grill. Ja, dann können sie auch grillen, wenn sie nix mehr haben, ne. Schaffen die schon, Leute. Ich bin da sehr, ich denke, die schaffen das. Und ich finde es so geil, dass hier so überall Kameras sind. Das gibt mir schon ein paar Vibes, Leute. Das gibt mir schon ein paar Vibes. Okay, Friends, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder. Ich gehe jetzt raus. Ich lasse das Spiel ganz alleine laufen. Ich drücke gleich auf Play und zwar genau jetzt. Und dann würde ich sagen, spielt alleine. Spielt alleine. Wir hören uns morgen. Ich bin gespannt, ob ohne Mods Leute sterben. Bin ich sehr gespannt. Und was sonst noch passiert ohne Mods. Also, klar, der Wicked Wimps Mod hat viel Action und viel Bums reingebracht, wortwörtlich. Der ist jetzt nicht drin. Extreme Violence ist auch nicht drin, Freunde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die Sims machen. Ich kann es mir gar nicht ausmalen. Naja. Okay. Dann bis morgen früh. Für euch ein kurzer Cut. Für mich eine ganze Nacht. Bis gleich. So, Freunde. Hello, hello, hello. Es sind ein paar Stunden vergangen. Über zwölf Stück sind es tatsächlich. Es sind, glaube ich, 14 oder 15 Stunden vergangen. Im echten Leben in Sims sind sehr viele Tage vergangen, Leute. Es ist tatsächlich schon Winter geworden. Und ich musste pausieren, denn es sind sehr viele Sims gerade weggestorben. Also, jetzt auch schon vor einer halben Stunde, wo ich das pausiert habe. Ja, Freunde. Es ist, glaube ich, ganz viel passiert. Ich würde mal gemeinsam mit euch reingucken, denn es sind ein paar Sims gestorben. Es gab, ja, eine Schwangerschaft. Freunde. Ich würde es euch einfach gerne mal alles zeigen. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Game. Let's go. So, Freunde. Hello, hello, hello. Warum auch immer der Schnee nur auf diesem Grundstück liegt. Es ist auf jeden Fall mittlerweile schon Winter. Das heißt, es sind sehr viele Tage vergangen. Und ihr seht es hier schon. Hier liegen ein paar Sims rum. Also, hier sind ein paar... Wer ist das denn? Ah, der Gerichtsvollzieher. Ja, es kamen auch Gerichtsvollzieher. Denn ich habe den Sims einfach mal nur 1000 Dollar zum Leben gegeben. Das war leider nicht mehr im Video. Oh, und das ist auch verstorben. Sad. Naja, Freunde. Es ist auf jeden Fall viel passiert. Es sind ein paar Sims gestorben. Also, Unge ist tot. Der Gerichtsvollzieher, der hier reinkam, ist tot. Dann war hier... Wer war da? Zendaya? Stand da Zendaya? Ja, Zendaya ist tot. Hier ist auch jemand gestorben, Leute. Die Domme. Die Domme ist am Teich hier gestorben. Und da hinten ist auch noch jemand gestorben. Wer ist denn da gestorben? Gnur und Angela Merkel. Aha. Sind die alle erfreut oder was ist los? Und hier ist auch noch jemand gestorben. Tom Holland. Hier draußen. Wie ist der denn hier rausgekommen? Frage ich mich auch. Und hier ist auch noch jemand gestorben. Maxify mit einer Geige. Ich weiß nicht, wie die hier rausgekommen sind. Aber die ganzen Sims sind auf jeden Fall tot. Und alle anderen Sims sind auch kurz vorm Sterben schon. Ach, hier ist auch noch jemand gestorben. Heidi Klum. Heidi Klum. Und daneben liegt Shirin David. Ja. Das ist schon mal strong. Und wir haben noch nicht die ganzen Benachrichtigungen angeschaut. Also, es lebt noch Montana Black. Marianne lebt noch. Und sie fühlt sich auch gar nicht so kalt. Denn sie hat als einzige ihre Wintersachen an. Marianne, du Queen. Dann Shirin David ist ja schon tot. Und wer es hier, Ariana Grande lebt, auch gerade so noch, würde wahrscheinlich auch gleich sterben. Tattel fällt gleich in Ohnmacht und würde dann wahrscheinlich auch erfrieren. Wer hätte es gedacht. Katja Krasawitze. Auch noch am Leben mit ihren... Ja, hat auch ein bisschen winterliche Sachen angezogen. Immerhin. Unge liegt da draußen erfroren. Und Billie Eilish ist auch, glaube ich, kurz vorm Tod. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Und das alles ohne Motz. Aber ich glaube, das meiste hat einfach der Winter gebracht. Dadurch, dass hier nirgends wo Dächer sind. Also, das einzige wo Dächer sind, sind hier. Warum ist denn hier niemand drin? Warum ist hier niemand reingegangen, Leute? Hier hättet ihr Schutz gehabt. Hier hättet ihr einen Dach über den Kopf gehabt. Aber alles andere. Hier war offen. Hier war offen. Naja. Gucken wir mal, was sonst noch passiert ist. Also, es sind übrigens auch ganz viele Gerichtsvollzieher gekommen. Und das Lustigste ist, der Sensenmann ist ein Gerichtsvollzieher. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert, Leute? Das ist richtig gruselig. Fein, gucken wir, wie er aussieht. So. Was ist das? Er hat auch gar keinen Bock mehr auf sein Leben und sie. Also, hier sind vier, fünf eigentlich. Einer ist ja drinnen schon gestorben. Ich habe nämlich den einen reingelassen tatsächlich. Da war ich nämlich gerade am PC und da habe ich gedacht, okay, schließt er mal auf. Mal gucken, was der so mitnimmt. Hat ein bisschen was mitgenommen. Der hat hier das mitgenommen. Der hat hier hinten irgendwas mitgenommen. Und hier, ich glaube, auch einen Automaten hat er mitgenommen. Und dann ist er halt hier auch noch gestorben. Hatten wir das schon? Rizzo. Rizzo ist auch gestorben. Wissen wir das? Weiß ich gar nicht. Okay. Wir gehen mal ganz an den Anfang, Freunde. Das ist ja schon ein paar Stündchen. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ein paar Stündchen her. Also, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jetzt noch alles drin ist. Ich hoffe es. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Hier war auch mal ein Baby. So, hier ist alles ganz viel Quatsch. Ganz viel Quatsch. Unge und Taddel sind beste Freunde geworden. Ähm, ja, irgendwas war am Automaten. Dann hat wieder was geklemmt. Die B... Oh, es hat viel geklemmt. Freut mich, dass dich meine Lama-Witze... Oh Gott. Katja und Tom Holland haben geflirtet und sind best friends geworden. Unge und Maxi feiern miteinander geschlafen? Okay. Okay. Ich glaube tatsächlich, es ist das gar nicht... Ähm, das ist gar nicht mehr drin, was... Von wem das Baby ist. Weil es löscht ja dann leider nach 200 Nachrichten. Aber ich kann es euch auf jeden Fall noch sagen. Denn da war ich noch im Raum und habe es noch mitbekommen, Freunde. So. Ganz viel wurde Ware erhalten. Okay, okay, okay. Ariana verschwindet aus dem Rampenlicht. Was ist denn da passiert? Bist du jetzt nur noch... Oh Gott, nur noch ein aufgehender Stern, Leute. Dann haben sie alle schön gekocht. Promi-Level gesunken. Ui, 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 ui. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Merkel ist auch tot. Aber hat auch... Ach, da kam hier wieder so ein blöder Tag. Äh, reden wie ein Pirat. Ja, schön, dass es nicht erfolgreich war. Ich glaube, wegen sowas haben wir nicht genug Benachrichtigungen, Leute. So. Dann hier. Heidi Klum und Montana Black haben miteinander geschlafen. Sehr wild. Sehr, sehr, sehr wild. Dann hier. Lass auf einem Grundstück mit mindestens fünf Toiletten die Blase eines Sims versagen. Es gab doch nur eins, zwei, oder? Es gab doch nur zwei Toiletten. Zwei oder drei. Hä? Okay. Okay. Ähm. Naja, Freunde. Es ist, wie es ist. Hier wurde gekocht. Ganz fleißig. Gekocht, gekocht, gekocht. Ähm. Fängt gerade erst an. Spiele fünf Stunden die Sims. Okay. Genug. Die haben alles schön gelevelt. Hier. Da ist es doch. Heidi Klum war tatsächlich schwanger von Montana Black. Und die hatten auch ein Kind bekommen. Und als das Kind kam, war ich tatsächlich sogar auch noch im Raum. Das heißt, ich konnte das Stoppen des Spiels verhindern. Wie das Kind heißt, erfahrt ihr gleich. Aber seht ihr das Kind noch? Ich sehe es auch nicht mehr, denn es hat sich niemand drum gekümmert. So. Alle haben gekocht. Oh Gott. Da kamen die ersten Rechnungen rein. 15.000. Holla die Waldfee, Leute. Holla die Waldfee. Das konnten die natürlich nicht zahlen. Die haben jetzt noch zwei Simorions. Sonst für zwei Simorions geht nicht mehr viel. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Hier. Die Wehen haben eingesetzt. Heidi platzt vor Vorfreude. Und dann hat Heidi ein Baby bekommen. Und das Baby hieß auch einfach mal Unfall. Denn ich habe gedacht, Montjo und Heidi bekommen ein Baby sehr wild. Sehr, 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 sehr wild. Und dann, ja. Habe ich das Unfall genannt. Dann habe ich weiterspielen lassen. Dann hat hier irgendjemand alles gelevelt. I don't know, wer das war. Und dann hatte Unfall großen Hunger. Und wurde irgendwann wahrscheinlich noch abgeholt. Der Strom wurde uns abgestellt. Weil wir nichts. Wir hatten kein Geld. Wir hatten nichts. Aber anscheinend hat es jemand gefüttert, das Kind. Weil sonst wäre das hier nicht nochmal gekommen. Sonst wäre das nicht nochmal gekommen. So. Die Domme ist ertrunken. Ja. Okay. Haben wir ja schon festgestellt, dass die Domme hier gestorben ist. Aber wieso ist die Domme denn da reingesprungen? Ach Domme. Ach Domme. Mensch, was ist da denn passiert? So. Unfall hatte wieder großen Hunger. Und dann wurde das Kind abgeholt, Leute. Unser Kind wurde uns weggenommen. Wer hätte es gedacht? Maxify ist an Verhungern gestorben. Er ist ja irgendwie hier neben der Geige gestorben. Ich weiß nicht, ob er sich rausgebackt hat. Oder warum er sonst hier draußen gestorben ist. Weil wenn er hier draußen gestorben ist, dann kein Wunder. Weil er kommt ja nicht mehr rein. Einmal hier draußen, dann kommst du nicht mehr rein. Aber ich frage mich auch, wie Tom Holland hier rausgekommen ist. Vielleicht werden wir das noch herausfinden. Ariana sinkt wieder im Level. Alle haben, ja, ein bisschen Spaß. Oh, hier kam direkt der Erste. Der ist wahrscheinlich schon tot. Ja. Das ist der Gerichts-Eintreiber, der Vollzieher, der hier drin bei uns auch noch gestorben ist. Der hat ganz viel eingeklagt. Dann haben wir Launisch erhalten. Sehr schön. Alle haben wieder gelevelt, 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 gelevelt. Die Teichbewohner haben Hunger. Ja, ich glaube, die sind auch nicht mehr am Leben, so wie es hier aussieht. Das sieht einfach, ne, genau wie der Whirlpool. Der sieht auch nicht mehr so frisch und lecker aus, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und dann hier kam der Sensenmann als Gerichtsvollzieher. Also da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt. Rezo ist auf jeden Fall, Rezo ist hier drin, ne, Rezo ist drin gestorben. Also Rezo ist durch Kälte gestorben. Der ist hier gestorben. Okay. Gnu ist auch durch, ähm. Ah, ne, braucht. Aber hier steht ja braucht noch. Das heißt, hier ist er noch nicht gestorben. Alle so kalt, 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 kalt. So, Tom Holland ist durch Verhungern gestorben. Okay, das heißt, er hat sich auch irgendwie hier rausgebracht. Warum auch immer. Das ist nicht so schlau. Ähm. Hier sagen sie wieder Ableben durch Erfrieren. Und dann ist, hier, war einfach zu cool. Er erfriert. Oh Gott. Drei Sims direkt hinter einem. Alle zum gleichen Zeitpunkt. Ja, genau. Und das war dann, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich dann gestoppt habe. Denn es ist ja jetzt auch schon fast 13 Uhr, Freunde. Ähm. Ich dachte mir so, wenn ich das jetzt noch weiterlaufen lasse, dann ist es over für die Sims. Dann ist es over. Hier war die Pinnwand dann voll. Gnu ist erfroren. Und hier Shirin David ist erfroren. Unge ist erfroren. Ja. Und dann haben wir hier das Abzeichen bekommen. Das ist schön. San Deja ist erfroren. Also die meisten sind tatsächlich erfroren durch die Kälte, die eingebrochen ist. Verständlich. Es gab ja auch, es gab schon ein Dach über dem Kopf hier hinten. Aber es sind zwei durch Hunger verstorben, die aber auch hier draußen waren. Und nur die Domme ist verstorben, weil sie da reingesprungen ist. Mensch Domme. Was ist denn hier los? Was hast du dir denn dabei gedacht? Und dann hatten wir noch ein Kind. Was mehr war das hier? Hier war Gnu und da war die Merkel. Dann hatten wir noch ein Kind, was uns instant wieder weggenommen wurde. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und allen geht es nicht so gut. Und wenn ich jetzt nämlich auf Play drücken würde, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass die instant sterben würden, Leute. Ich bin mir sehr sicher, dass die bald, bald alle sterben würden. Weil hier Billie Eilish erfroren. Ja. Wer hätte es gedacht, Leute. Wer hätte es gedacht. Direkt. Ja, alle würden auf jeden Fall jetzt sterben. Oh Gott, oh Gott. Jetzt liegen sie hier alle. Jetzt liegen sie hier alle. Oh je. Ariana, wo gehst denn du hin? Zeuge von Ableben sein. Ja. Du wirst wahrscheinlich auch noch erfrieren, ne? Du wirst. Sie wird wahrscheinlich auch noch erfrieren. Wollen wir das uns so kurz angucken? Oh Gott. Monte auch komplett lost. Oh jo jo. Hier liegen sie alle rum eingefroren. Ach du Scheiße. Okay. So. Die beiden heulen hier gerade dem Gerichtshohzieher nach. Kann ich gar nicht nachvollziehen eigentlich. Aber naja, Freunde. Das passiert, wenn man Sims alleine lässt und das passiert, wenn man Sims alleine lässt und sagt, ihr kriegt kein Dach über den Kopf und ihr kriegt nicht genügend Geld. Dann verhungern die. Es geht alles kaputt. Sie erfrieren vor allem und Domme springt auch einfach mal, wenn sie Bock hat, hier rein. Strong. Ist auf jeden Fall strong, Leute. So, Friends. Das war es dann auch schon mit dem Video. Das passiert, wenn ich Sims über Nacht alleine lasse. Ohne Mods. Tatsächlich nur mit dem MC Command Mod. Man hat es gemerkt, die Sims sind alle relativ natürlich gestorben. Mich wundert, dass niemand durch den Automaten gestorben ist. Das finde ich sehr, 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 sehr wild. Hätte natürlich sein können. Ich habe extra welche platziert. Ist nicht passiert. Zwei durch Hunger. Weiß nicht. Vier, fünf, sechs durch die Kälte. Die aber auch erst heute Morgen an. Also, die kam erst heute Morgen der Winter. Und deswegen bin ich ganz froh. Ihr habt ja gesehen. Hätte ich noch eine Minute weiterlaufen lassen, dann wäre Billie Eilish auch noch draufgegangen. Naja, jetzt ist er auch noch im Video draufgegangen, Leute. Das Leben ist manchmal hart. Aber, das war es jetzt schon, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt gerne mit einer positiven Bewertung. Falls ihr noch mehr Bock auf Challenges habt, dann lasst gerne ein Abo da. Und kommt unbedingt heute in den Livestream. Denn wir kidnappen die ganze Stadt. Es wird sehr, 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 sehr sick. Ich habe richtig krass Bock, Leute. Und ja, wir hören uns in einer Stunde. 13 Uhr live auf Twitch. Kommt gerne vorbei, Freunde. Es ist Eskalation. Es ist der Party-Sonntag. Das wird sick. Das wird sehr geil. So, dann bis zum nächsten Mal heute rein. Lasst gerne ein Like da. Abonniert, falls ihr es euch getan habt. Ciao, ciao, ciao und ciao.